das zeug nicht aber davon können wir doch was weg geben über bezahlen wir mal etwas großzügiger ach du meine güte ich habe ihm aus vor dem aussehen gerade ein fass anbieten die sind anwähling to trade was verkaufe ich denen denn noch muss ich erst abbrechen und noch mal versuchen zu traden die sind anwähling to trade okay wir haben uns das ist gerade verscherzt mit denen jedenfalls jetzt fürs handeln weil wir ihnen ein fass anbieten wollten nein wie peinlich ja wir wissen dass die fische weg sind küche was sagt die küche wir haben pigtails jetzt plan pelmet spawn wir haben noch ein bisschen was zu den anderen seeds hier fisher berries den bill cup verkochen werde ich caveweed haben wir einiges jetzt rocknuts plumpelmets wir haben ehrlich gesagt nicht viele sweet pots haben wir den sweet pots auf der farm du bist sweet pot ja wir haben sehr viel sweet pots auf der farm das ist wenigstens etwas positives und hier sind jetzt alle mal wieder mit ordentlicher arbeit beschäftigt sehr schön ihr seid mit meinen beschäftigt ich guck mal kurz wie weit sind wir hier oben na noch nicht sehr sonderlich weit die meisten sind wahrscheinlich auch immer noch hier beschäftigt ja und ich habe immer noch keine türen ich gebe den türen meine höhere priorität als die coffees und den statuen die sind alle beim trinken das ist okay dann schläft da wieder einer im bett von unserem führer ja es kommt die ganze zeit dass wir keine sachen keine klopfsachen herstellen weil wir können weil wir kein plant club haben max priority ich kann das leider nicht zuspenden wo ist die jungen die haben wir hier club shop nee muss leider erst mal vor so häufig so bleiben wie es gerade ist ach und ich kann hier den twitter könnte theoretisch abziehen bin es habe ich jetzt genug gebaut wie sieht es eigentlich mittlerweile hier aus okay wir haben vier artefakte hier liegen sieht jedenfalls aus wie vier artefakte tostuit tostuit hier muss muss sie rasch schock kiss kales und den anderen das heißt artefakte war das genau ein konglomerat zepter eine figur ein amulett und ein toy boot jetzt wird nur noch ein pin gebraucht um das da alles zu verstauen drinnen beziehungsweise eigentlich sollte ich irgendwann mal solche wo sind dieses denn genau hier machen wir das wieder rückgängig dort sollte nämlich eigentlich das krankenhaus sein aber unsere fortifikation sind auf jeden fall schon mal hier fertig und ich sollte mal sagen ihr sollt hier und hier her dicken so äh minoren gut eigentlich sollte voll gerade von hier nichts kommen aber man kann nie wissen wie sieht es unten beim bonecarver aus das ist noch in auftrag okay wir haben ja wahrscheinlich noch genug bones so wie sieht es hier oben aus hier wird noch kräftig abgeholzt die mauer wird aber weiter gebaut ist hier noch suspendet nein und wir haben einen koala bären aber es kommt einer wieder zum holz fällen sehr schön hier seid beim minoren ja gut hier mein hat einer direkt runter ja das tut das hier schon mal frei oh was haben wir hier tetrahydrit ähm nein das war das stone tetrahydrit lass mich raten tetrahydrit nee tetrahydrit war glaube ich hier drunter irgendwo platin da 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 nein doch nicht da ist tetrahydrit 20 prozent silber 100 prozent kupfer jawohl wir haben also ein schönes erz gefunden was wir auch nutzen können so designation x remove mal die designation hier drum dass du nicht da das ding aushöhlen dass du nicht da das ding aushöhlen dass du nicht da das ding aushöhlen oh ups äh downwards der so ich muss dann irgendwann mal gucken designation channel von hier bis hier muss gechanneelt werden äh channel genau genau von hier bis hier müsste gechanneelt werden das heißt eigentlich kann ich das chopdown trees hier unten mal weglassen und nur sagen trees chopdown äh ne doch so ja genau sehr schön mach mir nur die bäume hier weg genau wenn die bäume weg sind haben wir platz so es sind überall leute zum glück beschäftigt wie sieht es denn aus mittlerweile haben wir schon türen nein wir haben noch keine türen wir bräuchten aber demnächst bei türen dass ich da zumachen kann und wir wurden wieder mal abgelöst ja nix da das ist mein lieder das bestehe ich immer noch wer major ist hier sieht gut aus sieht okay aus hier müssen aber noch ein paar bäume weg bevor das dann ganz okay ist und ich hoffe dass die bäume nichts nachwachsungs teilen wir können aber jetzt wieder neue mauern in auftrag geben also wir haben hier die mauer breite haben wir schon mal oder ja und dann können wir maximale mauer höhe mal machen konglomerat blocks so dann sehen wir ja weiter hier sieht alles okay aus da war ja noch was weg archery range wo habe ich nicht schon archery range gemacht ja habe ich okay dann macht die mal wieder weg die da ist nämlich besser die ist okay so ihr dürft hier trainieren aber schießen würde ich bitte von unten nach oben recht froh drüber wenn ihr das machen würde was liegt da rum na konglomerat kevin floor was sagt meine ammo nischen kupferbolzen ein paar bone bolts haben wir bis jetzt aber die werden ja zum glücklich fürs training verbraucht haben wir überhaupt noch bei uns ja haben wir wie sieht es aus mit doors mittlerweile immer noch nichts und da fällt mir ein ich brauche auch noch mindestens ein share kuh rock throne einen und der muss auch ziemlich weit nach oben so tables kann ich ja jetzt schon mal bauen hier einen obwohl nein 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 x so ich muss das alles erst mal schön smooven lassen und jetzt muss ich mein krankenhaus wieder finden build table davon scheine ich ja irgendwie wieder drei stück zu haben und ein bett daneben wäre auch nicht schlecht so ja betten sind fast wieder genügend gebaut worden sehr schön meine nobles sind einigermaßen zufrieden ja du bekommst noch nichts was bekommst du denn du brauchst auch noch dieselben sachen wie mein leader na nicht ganz du brauchst nur eine chest und ein kabinett ein weapon weapon armus denn du brauchst zwei chests was treibst du da gerade du ach du machst floor detailing ok das ist ok das ist das ist aber , wir ? wir 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 wir